Ja, jetzt hat Freunde, jetzt haben wir noch ein paar Tickets, die mal ranhängen können, keine Ahnung, ranhängen, vorhängen, wie auch immer. Ich habe nämlich in den Ticketbanner schon gesumpt gehabt und da wusste ich, wo und wie ich was, wo ranhänge oder so, in welchem Video. Deswegen einfach mal aufnehmen, kurz ranhalten und dann gucken wir, was abgeht. Ich weiß aber by the way nicht, wann ihr diesen Ausschnitt sehen werdet, mit was ihr es sehen werdet. Aber schauen wir einfach mal, let's go. Also, Trunks, nett. Kling Code, umso netter. Ich weiß nicht, warum ich den Kopf heran habe. Trunks nochmal, GT, okay. Netter am nettesten. Oh, okay, tau bei bei, alles klar. Ah, genau dies. Ja. Aber wir haben noch einen, wir haben noch einen. Oh, okay, die Frise ist auch jetzt kaputt. Aber schauen wir einfach mal, was jetzt abgeht. Und zwar, mir geht's da. BD. Oh mein Gott, mein Herz stand kurz still. Weil es so lange gedauert hat, bis irgendwas passiert ist, sagt sie, der fusioniert sich. Was? Das ist das gewesen, wenn du bei einem Film... Was? Ja. Was? Was? Wie? Einfach LR-Virus. Einfach LR-Virus. Was geht ab, man sieht weiter aus dir? Und JP ist wieder auf Platz 1, Freunde. Dementsprechend gab es 100 Stones. Ist wirklich insane bei solchen Celebration, was da immer so abgeht. Heißt, wir werden heute unseren Durchlauf bei Super 10 4 Goku starten. Unseren zweiten Durchlauf. Und ich sage bewusst starten, denn ihr seht, wir haben 120 Stones. Heißt, ich kann jetzt vorerst zwei Mutis machen. Aber, dann im Endeffekt werde ich natürlich die zwei Mutis ranhängen. Das Sorge, dass ich so aus Atem bin. Bin gerade von unten hochgejumpt, sage ich mal. Jedenfalls, ähm... Ich muss kurz realisieren, was gerade abgeht. Es ist nämlich am Morgen. Ihr seht es. Ich habe dafür aber natürlich direkt den Pulli angezogen, mit dem wir sehr viel Glück hatten in letzter Zeit. Ähm... Was sagen... Ah, genau. Ich habe nämlich auf meinem iPad... Ich habe ja auf meinem iPad, habe ich auch einen Account, mal so immer mal wieder... Äh, was es immer mal wieder war. Ich habe da mal so Accounts rumliegen, die ich quasi, ähm... Ja, nutze, sage ich mal. Und da habe ich gerade eben zweimal LR Super 10 4 Goku gezogen. Und solche Accounts, die haue ich gerne weg als Giveaway auf meinen Social Media Kanälen. Sei es auf Discord, Twitter oder Instagram. Die Links in der Beschreibung checkt sie am besten aus. Und genau, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Ich wünsche jedem viel Glück. Wahrscheinlich haben schon die meisten von euch gesammelt mit den 100 Stones. Ich schaute einfach mal und gucke, was abgeht, denn... Ich meine... Let's go, guck mir einfach mal, let's go. Schau mir einfach mal. Also ich habe gerade schon zwei gezogen, deswegen... Dachte ich eigentlich, okay, weißt du was, wahrscheinlich... Wird das Glück nicht übertragen. Aber vielleicht... Passiert ja doch was, deswegen bin ich einfach hier reingegangen. Sag ich mal und dann gucken wir mal, was hier gleich abgeht. Wir haben hier Goran an der Stelle. Und unten Roshi. Ich bin nicht legit außerhalb von mir. Gerade direkt hochgejumpt, sag ich mal. Aber... Dann haben wir noch Vegeta, alright. Und... Ja, okay, ist nur wahrscheinlich der GS der Nr. Obwohl so viele Crewmitglieder da waren, sag ich mal. Naja. Oh, hey, jetzt kommen jetzt die. Ich habe es gerade in Banner ein... Oh, C16, okay. So Leute, habe ich gerade nicht im Kopf gehabt, seit langem. Aber sie sind auch sehr ähnlich wie die von Amiga schon immer aus. Erste Multi, okay, hätte besser laufen können. Komm, 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 komm. So kann. Am Morgen, let's go. Wenn wir da auch noch irgendwas hätten, dann wäre es gar nicht mal so schlecht. Ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen. Schauen wir uns das Ganze mal, wie das Ganze jetzt hier läuft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Diese Animation, Freunde, heißt... Diese Kombos... Featured... Drei SSR... Oder in so einem Banner natürlich, wo LR vertreten sind, LR. Beziehungsweise, ich glaube, in dem hier nicht, weil es ein Dukan-Fessel-Banner ist. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Aber die ganze Animation, Super Virtual Double Screen Crack Baits... Super... Ah, okay. Die ganze Animation, die steht für ein... ähm... Dukan-Festival-Charakter in diesem Banner, ja. Also wundert euch nicht, falls ihr Super Virtual bekommt. Double Screen Crack Baits... Ähm, dass ihr... Wenn ihr... Dass ihr kein... Wenn ihr kein... Also wundert euch nicht, wenn ihr das bekommt, dass ihr kein... Ich war schon sehr früh am Morgen... Dass ihr kein LR bekommt. Sondern in diesem Banner ist nur LR Vegito Blue. Steht für, dass es ein LR ist. Aber wir haben... Guck mal mal. Ein Featured solltest... Also ja, je nachdem, was es raus hat jetzt kommt. Lass uns überraschen. Alright. Okay, ein SSR. Alright. Dieser sollte jetzt nicht sein. Okay, werden wahrscheinlich drei SSR sein. Arrrrgh! Okay, okay, okay. Aber... Achso, der war auch Featured. Der war auch Featured. Logo. Der ist... Wir sind bei Goku. Okay, okay. Der war auch Featured. Aber drei SSR und Featured an der Stelle. Alright, alright. So viel dann... Wie es aussieht zum zweiten Multi. Richtig. Da bin ich sowas von gespannt, was doch in den anderen Multi's abgehen wird. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Spielen wir mal vor zur Zukunft. Irgendwie sowas. So, Freunde. Heute Morgen, selber Tag. Haben die ersten zwei Multi's rausgehauen. Jetzt bei Nerd mit den jüngsten Discords. New Meta, Discord zusammen bei Nerd. Die Mission gemacht. Nebenbei haben wir gezeugt. Freunde, was sagt ihr? Dritter Multi bei Super 104 Goku. Kommt da was? Ja, da kommt bestimmt was. Ja, was? Aber was? Ich drücke jetzt, okay? Soll ich? Mach einfach, sagt ihr. Oh je. Der sagt, mach einfach. Ja, ich sag euch, ich sag euch. Also, ich habe jetzt drückt. Trunks. Oh mein Gott. Trunks und Goten. Ihr wisst, was es heißt, gell? Eine Featured-Karte. Ich sag dir, entweder Featured, 3 SSR oder LR. Beziehungsweise LR in dem Banner kann ich nichts sagen, weil es in Dokkan-Explosion-Banner ist. Aber es kann auch 3 SSR sein. Super 103? Super 10, kein Gott. Fuck. Okay, ich hoffe natürlich, dass es ein Featured ist. Oh mein Gott. Aber eine von den Featured. Ich fang an mit Guldo. Oh lol. Ja. Physisch Super 10. 2 GT Goku. Der ist zwar der Featured. Der ist Featured. Das war bei der Neue-Karte auch. Oh shit. Aber der war der zweite Krankheit. Vielleicht kommt da noch was. Bait wäre krank, ne? Aber ob man die Bait kriegt bei Nacht? Das ist die andere Frage. Okay, ich habe jetzt die Videl am Start. Dr. Gero. GSR habe ich noch. Ja. Ich wollte wahrscheinlich da noch die GSR am Ende. Jungs, Hände zittern, nachts. Ja, Mann. Great Simon. Ernst, geh auf, mir deine Goren zu schicken. Bitte. Alter, Free Multi, Jungs. Das ist die Free Multi. Entweder das ist die Free Multi of the Heaven oder die Free Multi of the Hell. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Okay. Sorry. Sagen Sie es nicht. Wie viele? Sagen Sie es nicht. Sagen Sie es nicht. Sagen Sie es nicht. Sag nicht. Sag nicht. Oh mein Gott. Wieder die Comps. Ten Shinan, Chaozoo und Ding. Okay, 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 okay. Ja, ja, genau. Okay. Wieder das selbe Scenario. Oh mein Gott. Ah, die Jungs, wenn es in Free ist, bitte in Super Saiyan 2. Super Saiyan 3! Super Saiyan 3! Nein, Mann. Leider schreit. Vielleicht bist du noch früher. Super Saiyan 1? In Super Saiyan 1? Super Saiyan 2? Super Saiyan 3? Go free, go free. Oh, no free. Ich schwör go free. Aber jetzt, wenn wir go... ...fiel könnte. Viel Fahrer. Ah, wenn man nur auf die Soletten wartet, so... Oh, LOL! Wieder ein Feature, aber der andere ist... ...Super Saiyan 3, Angel Goku. Maaan. Chaozoo, ich hoffe, das wird nichts mehr. Nappa, der schreit mit seinem Glatzschädel. Am schreien. Ah, Jesus Herr, hilf mir. Und... LOL, Shampoo Vegeta. Hades. Oh, mei, Alter. Scheiße. Für was ist... Für Latt ist wieder Zeit. Es wird wieder Zeit für ein Sammen bei Nett. Und es ist jetzt wieder bei Nett. Haben wir die 50er zusammenbekommen. Was habe ich gemacht? Battlefield-Emissionen. Super Bad Road Pass Stages. Ein Featured ist es. Freunde, ein Featured bei Nett. Mit Krillin, ey. Unser Glatzkopf Krillin. Bring Krillin, das... Warte, wir sind im Goku. Na ja. Bring Krillin. Das Glück, das wir brauchen. Krillin, komm jetzt. Sie sind noch so lange mit Karot unterwegs. Da kann doch irgendwas dropen bei Nacht, oder? Nicht der Sohn? Auch nicht... Der? Auch nicht der Sensei von... Wie heißt der Dacke? Karot. Auch nicht der, der mit dem Körper getauscht hat. Auch nicht als er im Pizzer war. Nee. Auch nicht sein Enkel. Oder Enkelin. Nee. Ey. Ja, jetzt bin ich gespannt, du. Featured? Was weiß. Ja! Ja! Nachts. Das sind halt die Plays bei Nacht, Freunde. Oh mein Gott. Und dann auch noch ein Dupe für den Boy. Das sind halt die Plays bei Nacht. ich...